Oh, ich bin scheinbar vor der Borg eingeschlafen, mein König. Da kommt mir mal, dass der König vielleicht sogar schon da ist. Mei, Herr Lukas meinte ja, dass er heute kommt. Oh, Herr Lukas. Hallo, Herr Basox. Hi, ich war auf dem Weg zum König, um ihn zu fragen, ob ich mein Haus bekommen habe und wo es ist. Der König lässt mich bitten, ihn ihr Haus zuzuteilen. Er kann gerade nicht aus dem Buch kommen. Dann zeigen Sie mir mal mein Haus. Das kann ich gerne machen. Okay. Sie waren Herr Lukas richtig? Herr Lukaku, klar, kann ich mich auch Lukas nennen. Okay. Ich bin mal ehrlich, hier wissen Sie, wo Herr Tiger oder die anderen sind? Herr Gamer? Weiß ich, Herr Gamer? Ich weiß, dass, also Herr Tiger, der hat ein Haus neben ihm. Ah, super. Mein Nachbar direkt. Und der Herr Eisbär, der hat jetzt seine Bank geöffnet, soviel ich weiß. Er hat schon ein Haus. Also was heißt seine Bank? Er ist jetzt im Auftrag vom König hier, Banker. Ich hoffe, ich kriege auch einen sehr guten Beruf, aber ich wünsche mich wie ein Redakteur, ich schreibe sehr gerne in Zeitungen und sowas. Das ist mein Haus und wo, Sie meinten Herrn Tiger und hier. Genau. Okay. Oh, sehr schön, eigentlich steht hier drin. Also ich muss dann weiter, gell? Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich schliebe mich aber noch kurz ein Nikaschen machen, aber ich bin immer noch etwas müde. Oh, war das ein Nikaschen. Ja gut, ich fahre das was nochmal komplett an. Also hier stehen eine Sitzerzücke ein. Was ist das? Ein Ofen. Sitzerzücke mit Ofen. Das ist doch wunderschön. Dann ist es ja auch im Winter schön warm. Hm. Ich glaube, ich weiß hier in der Troo vom Vorwärtssitz. Ich gucke aber, die wollen mal nicht nach. Das nachher erst. Hm. Oh, hier scheint der Vorwärtssitz noch nicht zu eins eingerichtet zu haben. Oh, der Ausblick ist doch ganz okay. Man kann ja hier wirklich sehr schön rausgucken. Den schönen Busch vom Nachbarn sehen. Oder von der Nachbarstraße. Hm. Ich habe gehört, dass du das meintest, äh, dass Herr Tiger und mein Nachbar sein soll. Ich klingel mal. Klopf, klopf. Seien wir zu Hause? Klopf, klopf. Ähm, ja, warten Sie mal kurz. Ich muss, ja, ich komme. Oh, hallo. Ah, du bist ja doch mein Nachbar. Komm, du bist doch rein. Sie kennen mich schon noch von dem König, oder? Ah, ja, stimmt. Herr Badstorff, richtig? Ja, und ich bin da oben auch eingeschlafen. Ach so. Ich habe mal, nein, ich habe noch mitgekriegt wieder, äh, du kannst sie wegholen. Dann habe ich nur gesagt, ja, nimm sie weg, auch seien sie ruhig, weil er schläft. Hm. Und ich bin dann auch ein paar Minuten später auch eingeschlafen. Und, ja, ich wohne bei Ihnen jetzt in der Nachbarschaft direkt. Ach so, nebenan? Hm. Ach, ja, gut. Wollen Sie mal meine Wohnung sehen? Oder warten Sie? Ich möchte mich mal, darf ich mich mal, darf ich mich etwas umgucken? Können Sie machen. Danke. Okay. Sie scheinen sogar etwas mehr als sich eingerichtet zu haben. Mhm. Was ist da oben? Wo? Bei mir war vorher ein Vorbesitzer drin, der hat wohl das Haus ziemlich gut eingerichtet schon. Sehe ich schon. Eine Tasche haben Sie ja noch, die noch keine eingerichtet, eine zweite haben Sie auch nur in Ihrem Bett. Naja, vielleicht werden Sie das noch einrichten. Ah, und eine kleine Aussicht hier. Naja, gut, man sieht hier nur die Dächer, aber, und etwas von König, aber das sieht auch ganz gut aus. Oh, es regnet. Äh, lassen Sie ganz schnell zu mir rüber gehen. Okay, gut. Ich möchte schnell, schnell, ich bin nicht krank werden. Oh, ich auch nicht. Oh. Lassen Sie kurz mal in mein Feuer gehen. Aber warten Sie, ich ziehe meine Jacke aus. Ach. Ja. Hier ist doch schön warm. Ja. Haben Sie es aber auch sehr schön hier drin. Ja, nur leider habe ich noch nicht verengerechnet. Ich denke mal hier und hier auch noch auf Sie sitzen, aber das war schon, das ist schon ganz schön viel, was ich hier gemacht habe. Ich war sehr lange am Farmen für diese Gegenstände. Ja. Und natürlich geht es bei mir auch weiter in die nächsten Stücke, aber wie Sie sehen, habe ich hier noch nichts eingerichtet, da ich dazu noch nicht gekommen bin. Ja, ich wette aber dazu kommen Sie mal in den nächsten Tagen. Sieht auf jeden Fall sehr schön hier aus. Bin mal gespannt, wie das später hier aussehen wird. Finde ich auch. Ähm, ich muss aber noch mal rüber, ich möchte noch ein bisschen Schlaf nachholen und noch ein paar andere Sachen gucken. Ich auch, bis es wieder Tag wird. Wir sehen uns dann später. Äh, warten Sie kurz. Wollen wir uns dann, wenn wir beide ausgeschlafen sind, nochmal die Stadt in Ruhe angucken? Können wir machen. Okay, dann sehen wir uns morgen früh. Ja. Oh.